Hallo Freunde, ich wollte nur erwähnen, dass dieses Video nur eine Dia-Show ist, da Chica 130 Kilometer von mir entfernt wohnt und ich nicht einfach so dorthin fahren kann. Deswegen habe ich einfach die Fotos genommen, die ich von der Züchterin bekommen habe und habe daraus ein Video gemacht. Ich hoffe, es gefällt euch. Ciao! Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Tschüss. Tschüss.